Ja komm! Nein! Ich post hier kurz die Aufnahme bis die fertig sind. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Kannst doch schon mal gucken, wie 4 Minuten das schon sind. Ach man ey! Wieso ist hier hier dunkel drin? Hast du es geschafft, Tesi? Kein Kommentar. Ja wahrscheinlich. Oh, eine Stunde. Ja siehst du. Ach ja, geht noch. Dann bin ich gleich wieder da gehen. Och man ey! Ja liebe Leute! Was habt ihr denn sonst noch so zu beschnacken hier? Dass ihr so ein bisschen Zeit überbrücken könnt. Och man! Jetzt will ich auf dieses Band da kommen. Okay. Jetzt wird es nochmal creepy. Och man! Hallo? Jo? Keiner sagt mir was. Alle sind zu still. Das ist aber keine Adventure Map dann mehr. Ganz ehrlich. Ihr müsst schon was sagen. Jo komm! Ich komme wann ich will. Nein! Ich bin fast unten gewesen! Ich bin fast unten! Nur noch eine Spinnenwebe entfernt gewesen war ich unten. Oder wäre ich unten gewesen. Ja. Aber was? Da kann man machen nix, wa? Ja da kann man machen nix. Kann man nur gucken halt so? Nein! Zwei Spinnenweben daneben. Zwei Spinnenweben daneben. Vorm Ende. Also ich mach das jetzt Leute. Ich mach das jetzt. Ich hab gleich die 150 voll. Ja ich weiß ich ja. Aber ich wollte nur eben sagen hier. Fast die 150 voll. Und dann... Oh oh. Naah! Hast du es geschafft? Hast du es geschafft? Nein! Tisi sagt ja gar nix mehr. Ja irgendwer hat jetzt Mikroprobleme gerade. Kann das sein? Ich nicht. Oder Arexo? Bei mir kann es nicht sein, weil ich... Ich hör es bei mir nicht. Ach man! Ne zu sehr nach... Ich hab das doch gerade eben fast geschafft man! Na Rexo, willst du mal aus dem Typ mal draus gehen? Jo, war ja klar. Okay. So. Wenn ich das gleich nicht mehr schaffe, wenn ich die 160 äh äh gemacht hab dann äh... Ja. Nun. Ja ich wollte jetzt nicht zu sehr alles so äh strecken. Wir nehmen zwar schon eine Stunde auf. Och man ey, da hab ich das fast geschafft. Und immer knapp. Knappjes. Knappjes, jes, jes, jes. Achso. Ja doch, Alter. Ja ja, ich find's auch. Man sollte es öfters machen. Ja. Nein! Ich hab fast die Ranken gesehen. Komm, ein, ein können wir noch, ein können wir noch. Ja, 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 ja. Komm, mach, mach, mach bitte. Nein! Jetzt bin ich genau in der Spinne hängen geblieben! Scheiße! Warum machst du es da, Mensch? Jetzt, jetzt mach ich das, jetzt mach ich das. Also jetzt kann es sich nur noch um Stunden handeln. Eigentlich schon, ja. So, komm, hier, hier durch, hier durch, hier durch, hier durch, hier durch. Oh, komm, nein! Oh, ja, super ey. Zwei Fäden. Ein, zwei Fäden. Die zwei letzten Fäden da, die haben mich ins Grab gebracht. Ins Grab. So, jetzt, jetzt aber jetzt. Nein, 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 nein. Ich hätte noch mal drehen sollen, ey, lieber. Also ich schaff das gleich, warte. Ich mach das gleich. Guck mal, wie sie alle ruhig sind, ne? Keine redet mehr. Jeder lässt mich jetzt hier voll allein, ey. Ja, du musst mich ja wenig konzentrieren. Ja, das ist mir egal, redet. Ist mir voll egal. Ihr könnt, ihr, ihr könnt euch auch unterhalten, ey. Das ist mir scheiße gerade, aber tut irgendwas. Ja, also, Lazzi, wie geht's dir? Herzlich willkommen zu meiner ersten Challenge. Ja, echt, ey. Ich probier das jetzt so lang. Tut mir leid, Leute. Dann hab ich halt, äh, Überlänge oder was auch immer. Ja, das ist mir sowas von Latte Macchiato. Alter, ey. Guck mal, jetzt, jetzt hab ich mich fast konzentriert gerade. Und jetzt ist die Konzentration wieder raus. So, warte. Jetzt hier aber hier durch, hier durch, hier durch. Und jetzt ganz schnell. Ach, Mann. Wieso bleib ich denn immer an die braune Spinne da hängen? An die Fäden. An die braunen Fäden bleib ich immer hängen. Von der, von der Spinne. Komm ich wieder hier durch, hier durch, hier durch. Und jetzt, jetzt immer schön. Ja, ah, ah, ah. Nein! Da war es fast. Boah, ich hatte schon die Ranken vor Augen. Aber nur vor Augen. Ja, nicht. Ja, ja. Ja, ja, eben, eben, ne? Eben. So, nochmal rum, nochmal gucken. Ja, rechse, probier jetzt auch wieder. Okay. Mach, 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 mach. Der Boiler! Ich hab's geschafft! Äh? Immer noch, immer noch Spinnnetze hier? Hallo, ich bin in den Spinnnetzen. Lass mich raus. Lass mich raus. Wir haben's geschafft. In 168 Versuchen. Ihr seid ja voll leise. Ihr seid voll doof, ey. Ganz ehrlich. Ja, voll die Blöden, ey. Echt. Ich sei mal still. Amor kommt jetzt dran, ne? Amor. Wir haben ganz viel Amor. Hahaha. Ah, ok. Müssen wir in der Ecke mal stehen, oder was? 11, 11, Amor. Hallo? Kommt ihr? In 11? Jo. Amor. 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 Komm. Komm. Jeder in einer Ecke. Hallo. Oh, sorry. Das war grad wen geflügt. Wie gebrüllt. Wo ist die andere Ecke? Ok. Ja, was denn jetzt? Wie? Hä? Genau, der gönnt sich da die Diamond-Test. Warum fall ich nicht? Amor. Ja, ey. Ich fall auch nicht. Hä? Hä? Lol. Ich hab mein ganzes Invental voller Diamant. Ja. Deins auch? Ja. Meins nicht. Irgendwas backt hier grad. Hahaha. Sehr schön. Hey Jesse, ich hab's überlebt. Ja, was ist denn das jetzt? Du musst die ganze Rüstung während des Fallens anziehen. Achso. Achso. Habe ich natürlich nicht geschafft. Hä? Wieso fühlst du die ganzen Sachen noch im Invental? Ja. Ja, weil wir die anziehen müssen beim Fallen. Ja. Ich fall aber noch nicht. Ja. Scheiße. Den letzten hatte ich noch nicht an. Ich hab's verstanden. Ich hab das Prinzip verstanden. Ja. Das Problem bei mir ist einfach bloß. Ich fall nicht. Ah, okay. Ja. Ich auch. Ich hab's geschafft. Ja, war ja klar. Was? Mach doch endlich! Warum zieht das nicht an? Wie geht denn das jetzt? Okay. Matze total verwirrt gerade. Das hier ist doch an, Mann! Warum zieht das nicht an? Ich versteh das nicht. Äh, ich muss doch hier, äh, shift gedrückt haben und die rechte Maustaste drücken, oder? Äh, weiß ich nicht. Also ich bin, du musst eigentlich einfach bloß die Schuhe anziehen, dann. Das reicht, glaub ich, schon. Ja? Ja, weil die haben, glaub ich, Betafall drauf, dass du die Zeit landest. Ach so. Okay. Aber die verzauberten halt. Ja, aber die verzauberten, äh, hab ich halt, ähm... Ja, doch, äh... Ne, ich hab gar keine. Doch, ich hab, ich hab welche. Ach, die muss ich dann im Inventar suchen, die, äh, sch... Ja, ja, die musst du suchen und dann anziehen. Okay. Ja. Wie, ich hab die angezogen und, äh, 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 bin dann gestorben? Ja, keine Ahnung, bei mir bin... Also ich hab halt alles verzauberte, äh, alle verzauberte Rüstungsteile angezogen, oder? Genau, und dann funktioniert's. Aber ich muss alle verzauberten Dinger anziehen? Ja. Ja. Hallo. Hallo. Moin, moin, meine Aktee. Äh, alter. Also ich muss das Inventar aufmachen und dann, und dann einfach alles anziehen, was ein Dings ist, oder was? Ich falschiere's nicht. Ja. Ich hab's auch nicht verstanden. Ich hab's irgendwie geschafft. Ja, ich hab's, ich hab's geschafft. Oder hast du mir Creative Mode gegeben, äh... Ah. Ah, reck so. Ohohohoho! Hallo? Irgendwet stimmt da mit, äh Dings nicht, ne? Er spricht nicht mit jedem. Io, ich weiß. Hallo, hallo. 한다? Ich bin drin, in Dracula's Red Ron. Wir müssen einfach nur den Fingern folgen, den Pumpkins. Oh fuck, ich war noch in Game-Mod. Wie den Pumpkins? Da ist er schon drinnen? Das ist Jump'n'Run jetzt. Ah gut, dass ich da checken muss. Wie? Checkpoint. Wir müssen doch an den Recken, muss ich doch ran, oder? Ja. Ja. Ja, muss doch. Rüstung ausziehen, gell? Jo. Na. War ja klar. Oh mein Gott, da oben sind die Rüstung ausziehen. Hä? Ich hab noch Rüstung an? Ja. Oh sorry, ja, wollte ich nicht. Okay. Ich hab damit nichts zu tun. Wo müssen wir denn jetzt, wir müssen den Kürbissen folgen, oder? Ja. Wo seid ihr denn jetzt rein? Äh, Dracula's Bedroom. Okay. Wo? Danke, dass ich tot bin. Bitte. Ah, Mann ey. Nein, ich bin auch tot. Alter, das ist ja voll der Witz, ey. Oh. Wieso hab ich meine Dierrüstung mit an? Ja, zieh die mal aus, wa? Ja, behält. Hä? Wie, behält man jetzt an? Die Rüstung behält man an, aber was soll ich nicht? Oh verdammt, jetzt hab ich sie weggeworfen. Ja, ich auch. Man soll sie, wir soll sie. Aber ich hab die, ich hab die, ich hab die Schuhe, äh, aber nicht. Ja, weil die dann, äh, beim Pfahl kaputt werden. Okay. Schu, wer hat noch Rüstung an? Ich hab Rüstung an. Ja, du sollst sie weggeben. Wo, wo müssen wir jetzt überhaupt lang? Welch, welchen Kürbissen? Welchen Kürbissen? Allen. Ja, super. Kann's auch wieder ausziehen. Ja, ich hab mein Spawnpoint. Dann warte da, dann warte da, bitte. Dass wir's auch mal eigentlich schaffen. Ja. Sag mal nicht. Na. Oh, Alter. Aber ich hab jetzt spät, ne? Das macht nix. Ja, wahrscheinlich fall ich wundere. Ja, wahrscheinlich fall ich wundere. Ja, wahrscheinlich fall ich wundere. Ich bin ja sowieso in Führung, Cheater. Brauchst du keine Sorgen zu machen. Ja, ja. Da mach ich auch keine Sorgen. Nächste Moment, Leipzig. Ja, Kürbissen entlang. Wo, wo müssen wir, wo müssen wir denn, denn, denn jetzt, jetzt lang, sag mal? Kürbissen entlang. Geh mal schauen, wo die Kürbisse sind, leider. Ah, ich lauf gerade einmal im Kreis. Hey, warum ist der, ähm, Speedboost weg? Ach, Mann! Ja, und wo muss man da überhaupt denn? Ich hab keine Ahnung. Ach, man muss der runter, sagt mir das doch gleich. Ich dich doch. Wo muss man runter?